Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lasst uns gemeinsam mal in die Energies schauen, wie denn sozusagen der energetische Wetterbericht bei euch so sein könnte. Und du schaust für dich, ob du damit in Resonance gehen kannst. So, lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gebt mir Botschaften, was darf ich heute Schönes erzählen, beziehungsweise was könnte hier wichtig für den einen oder für die andere sein. Das heißt, ich schaue mit euch jetzt gemeinsam in die Haupt-Energy-Rine. Das heißt, um welche Energien handelt es sich? Was ist dein Anteil dafür? Und was haben wir zum Thema Beziehungsdynamik generell, weil ihr auch immer gerne wissen wollt, wo der Hase hierhin hoppen darf in Sachen Beziehungsangelegenheiten. So, wem das Mischen jetzt zu lange dauert, der spult einfach bitte vor und wer nicht genug von mir kriegen kann, der bleibt jetzt einfach bitte dran. So, Beziehungsdynamik. Was haben wir hier in Beziehungsangelegenheiten? Was könnte hier wichtig für dich sein? Ich kriege auch gerade so rein, es könnte, weil ich diese Legung jetzt hier zum Sonntag raushaue, auch speziell eine Energie sein, die dich kommende Woche vielleicht hier auch wirklich erwartet. Und da schauen wir einfach gemeinsam mal rein. So, als allererstes möchte ich zu dieser Legung gerne noch eine große Arcana haben. Das heißt, wir wollen ja einfach mal schauen, was hier so die kräftigste Energie ist für vielleicht scheinbar kommende Woche. Und unterm Kartendeck zusätzlich auch diese Karte hier, die hier auch zu betrachten ist. So, so rum. Lange Rede, kurzer siehen. Ich glaube, diese große Karte, die hält nicht in dieser Dingens. Ach, meine Lieben, mein Chaos schon wieder. Da will ich, dass ihr das ordentlich seht und es soll gemütlich sein. Ich habe das Kerzchen angemacht und irgendwie kriege ich es hier doch nicht gebacken. Naja. Naja. So. Wie mache ich denn das jetzt? Wartet mal kurz. Ach, entschuldigt bitte, aber lange Rede gar keinen Sinn hier schon wieder. Wer vielleicht das Quietschen und Kreischen hört, das ist hier gerade mein Charlie in der Badewanne. Und wer gerade eine dunklere Stimme gehört hat, das war mein König. Er hat gerade den kleinen Charles ermahnt, dass er doch mal bitte etwas leiser sein soll. So. So mache ich das. Wir lassen das am besten hier so stehen. Dann haben wir noch die Kerze. So. Ich hoffe, ihr habt alle vorgespult und das jetzt gar nicht mitbekommen. So. Wir haben als allererstes haben wir die Kraftkarte und wir haben die Rat des Schicksalskarte. So. Hier haben wir als allererstes... Gut, da komme ich später nochmal drauf. Also, ich sage es mal so. Ich kriege das intuitiv so rein, als sollte ich die Energien für kommende Woche so legen. Hatte ich das schon mal ausprobiert? Ja. Oh Mann, ey. Meine Flapsigkeit hier schon wieder. Aber vielleicht passt das... Ne, das passt hier nicht rein. Ich habe hier als allererstes eine große Energie, eine starke Energie, die speziell für dich hier bestimmt ist. Das heißt, hier kommt kommende Woche eine Energie auf dich zu, wo man in einer Angelegenheit irgendwie ein Drama gemacht hat. Ja. Ein Drama, Krallen gezeigt hat. Ich weiß nicht, in welcher Angelegenheit du hier steckst. Aber genau das soll zusammen mit dem Rat des Schicksals in Veränderung gehen. Also, das heißt, hier geht es zumindest in dieser Energie darum, dass ein Drama enden soll. Ja, ein Drama soll enden. Man hat irgendwie Hoffnung auf ein Wunder vielleicht auch. Ja, Hoffnung auf ein Wunder. Hoffnung vielleicht auch auf Versöhnung. Hoffnung auf Besserung. Egal, in welchem Szenario du hier in dem Sinne steckst. Aber es ist wirklich eine Angelegenheit, wo man damit rechnen möchte. Ja, du hast auf jeden Fall... Ach, mein Gestammle hier immer. Das nervt mich selber, wie ich versuche, hier so hochtratend zu sprechen. Und ich merke aber, wenn ich in meinen ganz normalen Gossen-Slang hier rede, dass ich echt intuitiv auch besser bin. So, jetzt legen wir nochmal los. Also, sie gebt mir jetzt bitte einfach nochmal eine Chance zu dieser Sonntagslegung. Und dann seid ihr befreit. Also nochmal. Hier hat irgendein Typ irgendeine Kirsche. Das kannst du sein. Das kann aber auch jemand gänzlich anderes sein. Irgendwie Drama, Drama, Drama Baby gemacht. Und hat dir in irgendeiner Art und Weise versucht, dir eins reinzuwirken. Vielleicht Rache zu schieben. Und das kann einfach nur damit zusammenhängen, dass man sich nicht mehr gemeldet hat. Dass man nicht mehr angerufen hat. Dass man nicht mehr geschrieben hat. Oder dass man dich wirklich verbal angegriffen hat. Das kann natürlich auch sein, dass man dich irgendwo verraten hat. Oder eben aus irgendeiner Situation Krallen gezeigt hat. Ein Dilemma draus gemacht hat. Vor dem Herrn. Und hier soll aber Besserung reinkommen. Kommende Woche. Ja. So. Und münzt das bitte einfach auf euch um. Und das ist eine Situation, wo die Energie hier förmlich weitergeht. Ja. Das heißt. Nö. Will ich nicht. Ja. Hier hat irgendwie jemand geschmollt. Hier wollte vielleicht irgendwie jemand nicht mit dir mehr zu tun haben, als man zu tun haben sollte. Ja. Das heißt. In irgendeiner Angelegenheit habe ich hier eine Energie, die auf euch noch zukommen könnte. Oder eben schon passiert ist. Das heißt. Dass hier eine bestimmte Situation ist. wo man vielleicht vorhat, sich irgendwo zu versöhnen. Aber es ist einfach hier, dass jemand fühlt sich beleidigt. Und durch dieses beleidigt sein könnte man hier eine besondere Chance verpassen. Ja. Vielleicht auch wirklich diese besondere Chance, dass sich aus einem gefühlten Dilemma noch eine positive Situation heraus entwickeln könnte. Ja. Es herrscht dicke Luft. Es herrscht eine gewisse Form von Apathie, die man hier hat, einem bestimmten Menschen gegenüber. Ja. Und es ist auch definitiv ein Gefühl, in einer Krise zu sein. Ja. Hier hat jemand irgendwie das Gefühl, ein unerfülltes Leben zu haben. Und es könnte sogar sein, dass sich jemand vor sich selbst ekelt. Ja. Weil das ist auch die Karte des Selbstekelts. Und wenn man hier jetzt anfängt, mal neuen Schwung reinzubringen oder mal eine ganz andere Einstellung einzunehmen, dann kann sich hier echt viel ändern und wandeln. Aber Status Quo ist einfach erst mal im Allgemeinen, dass hier jemand eine ganz schön lange Zeit beleidigt war, dass hier dicke Luft geherrscht hat und dass man mit seinem Leben irgendwo in einer Krise steckte, weil dieses Leben unerfüllt ist. So, jetzt pass auf. Es kann natürlich sein, du guckst ja jetzt auf deinen König, auf deine Königin. Ja. Dieser Typ, diese Kirsche hat ja Drama, Drama, Drama Baby gemacht. Aber Drama in der Hinsicht, dass man dich hier irgendwo gefühlt indirekt bestrafen wollte, indem man hier eben einfach geschmollt hat. Indem man hier eine Situation einfach als dicke Luft belassen hat. Aber ich kann dir sagen, das ist ein Typ, das ist eine Kirsche. Er oder sie ist irgendwie mit seinem eigenen Leben unzufrieden und ekelt sich wahrscheinlich für seine, ihre Taten hier gerade selbst. Jetzt lasst uns einfach mal schauen, weil hier soll ja eine positive Energie reinkommen. Vielleicht ist es auch diese, dass du das Ganze in eine positive Energie bringen könntest, gerade weil du vielleicht auch schmolzt. Weil du vielleicht auch dich ja abgewendet hast von einer bestimmten Person. Das kann natürlich auch sein. Weil du vielleicht einfach auch mal angefangen hast, Krallen zu zeigen. Du bist vielleicht selbst nicht so der Typ oder die Kirsche für sowas, dass du, ja wie soll ich das sagen, dass du hier irgendwie scheiße machst. Ja. Ich will es einfach mal so sagen. Du bist jetzt nicht, ich weiß es auch nicht. Hier wird jemand seine Gründe haben in dem Sinne. Aber lasst uns einfach mal schauen, was hier so die Hauptenergy ist. Ja. Wir haben die Hohepriesterin in Kopflage. Wir haben den Magier in Kopflage. Und wir haben die Acht der Kelche in Kopflage. Ja. Ich muss sagen, hier hat, hier ist eine Situation, wo man sich verraten und verkauft fühlt, ja. Also die Hohepriesterin in Kopflage, die steht ja auch gefühlt dafür, erst mal, dass hier irgendein Geheimnis rauskam oder dass man eben Geheimnisse über dich ausgeplaudert hat, ja. Von einem gefühlten Scharlatan, jemand, der irgendwo ganz genau weiß, wo der Hase hier lang hoppelt oder eben ganz genau glaubt zu wissen, wo eben der Hase hier lang hoppelt. Es ist auf jeden Fall eine Situation kommende Woche, wo du merkst, das ist hier lange Rede gar keinen Sinn, weil die Hohepriesterin in Kopflage, die steht auch für schwarzhaft sein. Also nehmt das jetzt mal nicht zu krass, die Energien in dem Sinne, aber irgendjemand quatscht hier einfach die ganze Zeit nur rum, aber tut und macht nichts, ja. Oder ist gefühlt selber nicht besser, als derjenige, der hier irgendwie dummes Zeug glaubt, dummes Zeug erzählen zu müssen, ne. Also nochmal, die Hohepriesterin steht gefühlt für eine Verzweiflung, weil man hier checkt, ey, ich wurde hier irgendwo betrogen. Und ich sehe aber hier auch die Energie, dass es genau darum geht, diese Energien hier loszulassen. Das wirklich hier hinter sich zu lassen, ja. Mit schweren Herzens macht man das, weil natürlich liegt hier eine Enttäuschung dabei. Hier ist es ja scheinbar zu nichts mehr gekommen, außer zu dicker Luft. Und dass du vielleicht hier immer mehr erkennst, wie viel Scheiße hier jemand über dich gesprochen hat und wie destruktiv das auch ist, hier irgendwo vielleicht auch selbst über ein und denselben oder über die ein oder andere oder ein und dieselbe Kirsche hier zu reden, zu quatschen. Die Energie, die soll wirklich rausgehen, ja. So, jetzt lassen wir mal schauen weiter. Hier haben wir die Kraft nämlich in Kopflage. Wir haben das Ast der Münzen in Kopflage. Und wir haben die drei der Stäbe in aufrechter Lage. Das ist jetzt hier deine Energie dazu. Ja, also ich habe hier eine Energie des Gefühls Scheiterns, dass dir hier bewusst wird, dass dir jemand irgendwie nur Scheiße erzählt hat, weißt du? Oder hier hat jemand nur Scheiße erzählt. So, Punkt. Und hier habe ich so eine gefühlte Haltlosigkeit und so ein gefühlter Geiz, also so eine Armut in dem Sinne. Weißt du, hier hat jemand so eine Schadenfreude mit dir. Ja, irgendwie hat hier jemand so eine Schadenfreude. Also jemand wollte dir hier irgendwie schaden oder jemand will dir in gewisser Art und Weise irgendwie schaden, indem man halt Scheiße erzählt. Ja, und du könntest merken, boah, dieser Typ, diese Kirsche ist geistig ganz schön arm. Ja, also da, du kommst dahinter, dass dieses dumme Geschwätz, dass dieses, ja, ich möchte dir schaden, dass du für dich irgendwie erkennst, diese dicke Luft, die hier scheinbar ist, da kommst du dahinter, dass das Dummheit ist. Du, du wirst es dir nicht mehr anders erklären können, als dass hier ein bestimmter Mensch, so vom, so gefühlt vom Horizont einfach, da, da, da fehlt es halt einfach. Ja? Also hier fehlt so ein bisschen so eine Synapse von einem bestimmten Menschen im Gehirn, keine Ahnung. Und du kommst da immer mehr drauf und denkst dir, ich weiß nicht, als ob du applaudierend hier kommende Woche irgendwo da sitzt und anfängst zu lachen, weil du dir so denkst, alter Schwede, wie kann man nur so eine Gehirnwindung weniger haben? Ja? Und du für dich selbst sehe ich aber hier trotzdem sehr stabil, ne, also, ich habe für dich Sicherheit und Erfolg. Du kannst dir auch zuversichtlich bleiben bei dir selbst, ja? Und auch wenn dich jemand hier irgendwie dumm machen will im beruflichen Bereich, habe ich hier trotzdem, dass du hier wirklich längerfristige Perspektiven hier auch ausbaust, ne? Und du selbst wirst dich kommende Woche immer mehr mit deinem eigenen Lebensziel auch auseinandersetzen. Das heißt, du stellst dir selbst auch hier immer mehr die Frage, ja, wo will ich eigentlich hin, ne? Weil ich sehe ja hier, du lässt eine Situation hinter dir und erklärst, du lässt es so stehen, weil du dir denkst, dieser Typ, diese Kirsche hat hier irgendwo eine Gehirnwindung oder eine Synapse, irgendwas weniger hier. Und richtest den Fokus weiterhin komplett auf dich, weil du eben weißt, tja, du bist für dich zuversichtlich, ja? Und du brauchst so ein dummes Geschwätz nicht wie hier, was hier vielleicht aufkommen könnte oder eben schon aufgekommen ist, ne? Dadurch, weil hier die Kraft in Kopflage eben liegt, weil hier jemand haltlos ist mit den dummen Gesülze und Gequatsche, was man hier von sich gibt, nehme ich so wahr, dass das wirklich hier die Energy für dich ist, dass du das in eine positive Wandlung bringst, ja? Dass du dann so drauf kommst, gut, ich kann mir erklären, warum hier jemand so beschränkt ist, aber ich mache da draus hier was Schönes, ne? So, wo darf es denn hinführen in Liebesangelegenheiten? In einer speziellen Form von Beziehungsdynamik vielleicht auch? Ja, meine Lieben, also kommende Woche kommt hier jemand und will sich dafür entschuldigen, dass man so viel Scheiße erzählt hat, ja? Dass man versucht hat, deinem Leben Scheiße einzuhauchen. Ich muss es so sagen, ja? Also jemand möchte hier gern wieder mehr Geborgenheit haben in dieser Angelegenheit hier, wo dicke Luft geherrscht hat, wo du hier aber auch für dich schon merkst, alter Verwalter, ja? Und ich sehe, dass du aber immer mehr hier spürst für dich selbst, dass du mit dir selbst auch in den Frieden gehst, was Lebensfreude betrifft, was den Verlust für Zeit betrifft und auch Geld, ja? Also das heißt, du hast hier jemandem viel Zeit gewidmet, vielleicht auch Geld, Anerkennung, Energie und Lebensfreude und da sehe ich erst mal für dich wirklich selbst, dass du mit dir selbst hier in Versöhnung gehst, ja? Weil du dir hier mit einer bestimmten Person zusammen mit den Neuen der Münzen im Kopflage irgendwie immer wieder leere Hoffnungen gemacht hast. Also das heißt, in der Beziehung vielleicht zu dir selbst wirst du irgendwie dir, du gehst sozusagen in Frieden damit. Du gehst in Frieden damit, dass du jedes Mal auf so eine leeren Versprechung eingegangen bist, du gehst in Frieden damit, dass du in dieser Situation hier deine Zeit, dein Geld und deine Lebensfreude aufs Spiel gesetzt hast. Und das ist wahrscheinlich auch hier dann diese positive Wende, dass du hier selbst auch wieder in deine Kraft kommst, weil ich sehe es ja hier oben, du willst eine Situation hier wirklich loslassen. Zweites Szenario kann hier natürlich sein, weil ich ja davon spreche, Beziehungsdynamiken, Beziehungsangelegenheiten, dass hier jemand irgendwie wieder auf dich zukommen möchte, ja? Jemand möchte hier nochmal den Frühling erleben mit dir und dass hier jemand diese Zeit, diese Energie und diese Lebensfreude mit dir hier verloren hat. Das will hier jemand nicht. Ja, das will hier jemand nicht. Und im besten Fall kann es sein, dass hier jemand auch daran denkt, sich zu entschuldigen, weil man dir das Gefühl gegeben hat, dass alles nur leere Versprechungen waren. Dass man nur leere Versprechungen und leere Hoffnungen gemacht hat. Das wäre jetzt natürlich die positive Seite dieser Medaille. Dann würden wir mal direkt schauen auf diesen bestimmten König, auf diese bestimmte Königin, weil es ist aktuell immer noch ein bisschen zwiespältig. Ich sehe, dass du hier auch Scheiße Gold machst. Wieder einmal. Es wird sehr spannend. Es wird sehr spannungsgeladen. Guck dir das mal an. Hier will nämlich dir jemand hier kommende Woche entgegenkommen. Hier will jemand den nächsten Schritt machen. Du brauchst hier nichts weiter zu tun. Aber ich sehe eben auch, dass du nichts weiter mehr tun wirst. Das war nämlich hier alles ein bisschen bunt. Und jemand will sich hier selbst im Klaren sein, was der nächste Schritt überhaupt ist. Hier wird jemand auch etwas tun. Aber das hängt hier auch wieder am seitenen Faden. Und ich merke aber bei dir, dir ist das irgendwie Latte, weil das, ob hier jemand noch was tut oder ob hier jemand nichts mehr tut. Aber ich kann dir nur sagen, kommende Woche kommt hier jemand wieder auf dich zu. Ich habe hier die Welt und ich, weißt du, was ich sehe? Du verteidigst halt alles jetzt, was du dir erschaffen hast. Irgendjemand wollte sich ja hier reinzecken in das, was du dir hier erschaffen hast. Das hat hier jemanden. Tja, hier war man auch neidisch vielleicht auf deinen Erfolg, auf dein schönes Leben. Und ich sehe, dass du den Mut haben wirst, dass du genau das jetzt verteidigst, weil du den Weg für dich zur Erleuchtung gehst. Ja, guck mal hier oben. Auch mit der Hauptenergy, dem Weg gehen vielleicht zur Erleuchtung. Und es wird schwierig für den anderen werden, dass man sich mit dir hier nochmal versöhnen könnte. Ja, ich gehe auch gleich nochmal auf das Szenario ein, wenn es umgekehrterweise so wäre. So, ich nehme jetzt nochmal einen Engel der Rolivic. Das sind ganz schön viele, meine Lieben. Das habe ich hier noch für ein Engelchen. Gib mir mal bitte eine Message. Okay. Ja, also es ist eine Situation. Hier kommt jemand aus dem Rückzug wieder. Will sich dir hier nochmal öffnen. Und es wäre sogar möglich, dass hier jemand sein Herz öffnen möchte für dich. Als, weißt du, und hier, ach bitte gib uns doch noch meine Chance. Hier will jemand dir entgegenkommen, aus so einem krassen Szenario heraus, wo ich aber sehe, dass du deins verteidigen wirst, was du erschaffen hast. Und auch hier sehe ich, dass du nicht wirklich vorhast, hier irgendwo nochmal etwas gänzlich Neues zu beginnen. An all die anderen, die das hier möchten, die sich freuen würden, dass hier nochmal jemand zurückkommt, dann kann es sein, dass hier eine positive Wende aus einem Dilemma, ja, hier nochmal passiert. Das wäre möglich, also dicke Luft endet hier. Für die einen endet die dicke Luft, weil man einfach da bleibt, wo man jetzt ist. Und für die anderen endet die dicke Luft, weil man diese Versöhnungsenergie hier annimmt, ja. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass es umgekehrterweise so ist, dass du hier viel getratscht hast, viel geschwätzt hast, dass du hier jemandem das Leben schwer machen wolltest. Und dass du aber jetzt hier kommen möchtest, weil es dir leid tut, dass du hier jemandem irgendwie leere Versprechungen gemacht hast. Plötzlich könnte dir in den Sinn kommen, dass du mehr Zeit, mehr Energie in diese Person investieren möchtest. und du kommst hier aus einem Rückzug heraus und möchtest jetzt kommende Woche mit einer Leidenschaft deine wahren Gefühle zum Ausdruck bringen und könnte es der Hoffnung sein, dass hier jemand genau dieser Verbindung wieder eine Chance geben könnte. Ich kann dir nur sagen, ein bestimmter König, eine bestimmte Königin verteidigt aber jetzt das, was er oder sie hier aufgebaut hat. Und er oder sie ist hier auch gewachsen und zu einer gewissen Erleuchtung gekommen und ist natürlich auch froh, wenn ein Dilemma hier in dem Sinne vorbei ist. Aber ich weiß hier noch nicht so richtig, wo ich sagen muss, du könntest hier an jemanden nicht mehr rankommen oder genauso könnte hier wirklich eine Versöhnung zwischen euch stattfinden. Und jetzt möchte ich noch mal schauen, ob ich dazu noch mal eine konkretere Message bekomme. Sozusagen gefühlt eine Quintessenz, wo die Legung hier am Ende ja doch hinführen darf. Ist es eher die Tendenz Trennung oder ist es eher die Tendenz, dass man dir hier noch mal verzeiht oder dass du hier jemanden noch mal verzeihen könntest? Gib mir mal bitte so eine Quintessenz, wie ich diese Legung unterm Strich deuten darf. Boah, wir haben die drei der Schwerter. Also das ist auch wieder eine Message, meine Lieben, hier ist echt hart broken. Also hier ist echt hart broken. Und ich muss aber auch gestehen, ich hatte sie jetzt in Kopflage gehabt. Seht ihr das? Nicht wirklich, ne? Ich hatte die hart broken Karte gefühlt in Kopflage. Ich hoffe, ihr seht das. Nee, nicht wirklich, ne? Na doch, doch, die seht ihr, die hart broken Karte in Kopflage. Ja, und wie zeigt sich die hart broken Karte? Es ist an sich, ist es, ob es in Kopflage ist oder umgekehrt ist, ist an sich gefühlt gehuppt wie gesprungen. Es ist auch hier wieder ähnlich mit der letzten Energie, dass wir hier einfach sehen, dass es um schmerzhafte Erkenntnisse geht, dass es um Enttäuschungen geht, um Tränen geht, um Liebeskummer. Es ist aber auch so, wenn hier jemand wieder zurückkommt und das Paradies, das scheinbare Paradies wiederhaben möchte, ist hier die Quintessenz von einer Entfremdung, von einem Fehler und trotzdem auch von einem Wortbruch. Und das ist die Situation hier in der ganzen Legung, die ich hier feststelle, dass hier gefühlt so viel passiert ist bei euch, dass es hier kaum noch eine Chance gibt, hier eine Liebe aufrecht erhalten zu können, irgendwo weitermachen zu können, weil ich habe hier wirklich, hier ist zu viel passiert, du bist auch zu viel gewachsen für dich und ich habe hier einfach unter dem Strich eine Enttäuschung, ja. Und ich sehe aber auch, mein Engel, wenn du die gute Person hier bist, wenn man hier so viel Scheiße erzählt hat über dich, ich habe für dich hier wirklich ein tolles Leben, eine tolle Zeit, eine tolle Woche. Aber gleichzeitig sehe ich auch, jemand bekommt hier sein Karma ab, die Scheiße, die man gebaut hat. Man hätte ja in dem Sinne nie damit gerechnet, dass du hier jemandem so fehlen könntest. Und plötzlich könnte das hier jemandem auffallen, dass du einfach fällst in seinem, ihrem Leben. Ach Mensch, seht ihr, die Karten haben auch keinen Bock mehr. Zeig mal her. Was sagen wir noch? Was sehen wir noch auf diesen König, auf diese Königin hier? Tja, jemand hat mächtig, aber so richtig Mist gebaut. Schau dir das an. Wir haben auch hier wieder den Page der Kelche. Also das heißt, hier ist eine Versöhnungsenergie. Man will das hier echt wieder gut machen, was man hier für Scheiße über dich erzählt hat, wie man dich, wie dumm man dich versucht hat, da stehen zu lassen. Guck mal auch zusammen mit den Sechs der Münzen im Kopflage. Hofft hier jemand einfach, dass du, es ist ja wirklich so, als ob hier jemandem plötzlich klar wird, wie sehr man dich vermisst, wie sehr man dich liebt, was man für einen Verrat ausgeübt hat, mit diesen leeren Hoffnungen, leeren Versprechungen, wie man dich vielleicht auch hat einfach stehen lassen. Und dazu habe ich hier noch, allein die Zeit wird es zeigen. Okay. Also das ist eine Sache, die ist hier nicht von heute auf morgen geritzt, aber ich kann dir sagen, jemand hat auf einmal mega Respekt vor dir. Tja, man möchte hier definitiv wieder etwas gut machen, sich versöhnen. Man weiß, dass man Scheiße gebaut hat, aber ich habe auch hier noch eine Karte, du bleibst dir hier selbst treu. Und das wäre auch gut, weil ich nehme hier so, ich kriege hier so rein, nochmal verbrennst du dir die Finger nicht an dieser Person. Ja. Und hier habe ich auch unterm Kartendeck nochmal ein fettes Ja, dass du dir treu bleibst. Ich nehme so wahr, dass hier einige eine Versöhnung nur noch schwer annehmen werden. Wie wirst du denn reagieren auf diese Versöhnung? Wir haben die Balance. Also es wird schon so sein, dass du hier die Hand auch reichen wirst. Du hast auch das Bedürfnis, dass diese dicke Luft hier endlich rausgeht. Ja. Dass bessere Luft kommt. Aber ich sehe eben auch, dass du dir mega treu bleiben wirst. Du wirst hier nicht mehr so schnell in die Situation reinschlittern, wie du rausgeschmissen worden bist. Du findest mit ihm, mit ihr einen Kompromiss, ja. Aber ich sehe einfach, dass es eine Sache ist, die nicht mehr so werden wird, wie sie einmal war. Das willst du nicht. Das willst du einfach nicht mehr. Ja. Ich gucke jetzt nochmal in die Lennomars. Ich kriege jetzt nochmal so einen Impuls, hier reinzuschauen. Weil, ja. Also du bist stärker. Stärker denn je. Und es ist auch echt scheiße passiert hier, ey. Auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Also hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, so richtig, richtig scheiße zu dir zu sein. Also hier hat dich jemand richtig verletzt. Richtig verarscht. Muss noch nicht mal in Liebesangelegenheiten sein, in dem Sinne. Aber, äh, man wollte dir sogar an dein Leben. Ja, also, dass du so ein richtig scheiß Leben hast. Ja. Wir gucken mal. Schicksalhafte Gefühle. Plötzlich trägt hier jemand ein Kreuz auf seiner Seele. Ja, jemand belastet das auf Sehenebene mit dir, was man dir angetan hat. Also hier hat jemand gelogen, betrogen. Jemand war hinterfotzig. unehrlich. Und man merkt aber auch, dass man mit diesen Lügen aufhören sollte. Man kommt auch mit diesen Lügen nicht mehr weiter. Ja, bei dir. Ne, das ist jetzt auch nochmal so eine kleine Quintessenz. Aber ich kann dir eben auch sagen, ähm, Das, das ist hier für jemand. Jemand glaubt nicht, wie, weißt du, es ist so, als ob hier jemand immer so durchs Leben gegangen ist. Ja, ich, äh, pflücke mir hier die, ich ernte hier die Lorbeeren. Und, äh, ist mir doch scheißegal, was dieser Mensch hier für mich letztendlich empfindet oder nicht. Und plötzlich ist es hier einfach nur eine Belastung auf seiner Seele. Und man merkt, man kommt hier nicht mehr weiter. Wenn man dich jetzt hier, auch wie in den letzten Legungen, hatte ich das auch, ähm, man kommt mit Lügen nicht mehr weiter. Und es wird Zeit, genau diese Situation hier wirklich zu klären. Also, das heißt, dieses, was hier immer so gehangen hat, diese dicke Luft auf die Erde sozusagen zu holen, ne. Jetzt gucken wir nochmal auf den transformativen Prozess. Ja, schau dir das mal an. Also, der will auf jeden Fall, dass, äh, diese Verbindung sich hier wirklich verändert. Der will noch meine Chance. Ja. Aber es ist halt auch, ne. Es ist immer wieder, der immer wiederkehrende Streit. Ich sehe aber auch für dich eine Stabilität auf, äh, deiner Seelenebene, auch hier wieder, ja. Und, ähm, ähm, aber weißt du, was der will? Der will, dass, äh, sich dieser Zyklus, oder sie will, dass, äh, sich genau dieser Zyklus, dass das vorbei ist. Also nochmal, passt auf, ich gehe in mich. Der hat, er oder sie, ihn oder sie belastet hier etwas auf Seelenebene. Was belastet ihn oder sie? Ja, dass man so scheiße zu dir war. Und es ist eine, und dadurch könnte er hier merken, oder nochmal zurückblicken, so gefühlt, wie sehr man dich hier auch belogen hat, wie viel Scheiße man erzählt hat, was man dir persönlich an den Kopf geknallt hat, oder, äh, wie man versucht hat, dir es dir hier indirekt heimzuzahlen. Ähm, und wie man hier auch dir keine Basis geschaffen hat, ja, wie man dir vielleicht hier versucht hat, im Glauben zu lassen, was das für eine wunderschöne spirituelle Verbindung ist, ne, aber im Endeffekt kam hier nichts bei rum, außer, äh, dass das war eine Verbindung anhängend, ja, hat man keine Sicherheit geboten, dich hat man hier verarscht, man hat über dich hergezogen, man hat dir das Schlechteste gewünscht, hier war jemand richtig schlecht unterwegs, und am besten ist es noch hier, dass du das alles, was hier passiert ist, absolut gar nicht verdient hast. Hier, ja, ich sag doch, dir wird hier irgendwie klar, kommende Woche, dass hier ein Typ oder eine Kirsche einfach eine Gehirnwindung weniger hat, anders kannst du es dir nicht erklären, warum dieser Mensch hier so etwas mit dir macht. und du machst einen Haken dran, hinter, ähm, Dummheit, wenig Intellekt, ähm, Punkt, und plötzlich, ist hier wieder jemand da, und, äh, was ist die Quintessenz, jemand will dieses, dieses Heartbroken wieder gut machen, plötzlich kommt man auf den Trichter, Mensch, du bist eine Frau, du hast Respekt verdient, oder Mensch, du bist ein Mensch, äh, du bist ein Mann, du hast Respekt verdient. Also, guten Morgen, sag ich dann nur, guten Morgen, das wird jetzt erst jemandem klar, was vielleicht schon lange alte Kamellen hier sind, weil ich sehe ja, wie sehr du hier für dich schon wieder an einer ganz anderen Stelle bist und heranreifst, weil durch dieses Dilemma, durch dieses Drama, kommt ja das Glück jetzt erst mal in dein Leben, eine positive Wende, nämlich, dass du für dich hier definitiv, ähm, beruflich weiterziehst, das positiv, aber eben vielleicht auch eine gänzlich andere Verbindung in dein Leben ziehst, ich habe ja für dich die Stabilität, ja, und du wirst dir selbst treu bleiben, ja, schau mal einer an, ich habe hier schon die Nachricht, die Heilung, na, ja, also ganz ehrlich, hier hat jemand, äh, guck mal, wo du drauf schaust, mein Engel, egal, ob du jetzt König bist oder Königin bist, wenn du jetzt hier sozusagen von der, äh, Sorte bist, äh, dass du hier an sich gar nichts Schlechtes wolltest und du hier sozusagen so verarscht worden bist, dann habe ich hier, sie haben Post, ja, mein Engel, wo schaust denn du drauf? Das ist das, was du jetzt kommende Woche erhalten wirst, ja, also du bekommst hier wirklich eine Message rein, ähm, der Brief und der Baum, das steht für einen Kontakt für, von früher, also es ist hier wirklich irgendein Typ, was, das ist eine Geschichte, die ist hier vielleicht auch schon länger her, wenn das jetzt kein Kontakt von früher ist, habe ich einfach, dass hier jemand einfach ehrliche Gespräche mit dir führen möchte und jetzt anfangen möchte, jetzt anfangen möchte, über eine gemeinsame Basis mit dir sprechen zu wollen. Jetzt möchte man, ich, ich nehme so wahr, dass nach einer langen Zeit jetzt jemand anfangen möchte, sich mit dir über Wahrheiten auszutauschen, den Kontakt mit dir beständig aufrechterhalten zu wollen und beständig, äh, jetzt hier irgendwo in der Gefühlswelt zu dir stehen zu wollen, ja, weil der Baum und die, der Mond zeigt auch an, dass die Beständigkeit der Gefühle, also das heißt, dir könnte hier jemand auch schreiben, ähm, dass man nie aufgehört hat, dich zu lieben, ähm, was nicht zwingend der Fall sein müsste, es zeigt aber auch hier wieder an, wie stabil du selbst in deiner Gefühlswelt bist, dass du für dich, wie hier stabil bist, ja, also falls sich einige denken durch dieses Szenario, na, hab ich jetzt einen an der Klatsche oder er, ich sehe dich hier als stabil im Gefühlsbereich, ne, und, ähm, es könnte aber auch so sein, mein Engel, ähm, dass dir hier jemand wieder schreibt, ne, wie zum Beispiel, ja, dass man halt wirklich Wahrheiten jetzt austauschen möchte, dass man jetzt eine gemeinsame Basis mit dir besprechen möchte, aber, ähm, bei dir liegt aber eher dieses, äh, ich hab, ich, ich hab ein Bedürfnis nach Ruhe, ich möchte Ruhe haben, also das heißt, hier könnte jemand so sehr jetzt ehrlich und wahrhaftig auch in dieser Legung auf dich zukommen wollen und du hast aber für dich eher so ein Bedürfnis nach, ich brauche einfach Ruhe. Und es ist aber auch so, du schaust direkt auf alte Gefühle oder eben auf eine alte Zuneigung, die hier nochmal aufploppt, weil hier eine Message reinkommt, ich sag's dir so, wie es ist, und du wirst deine Zeit brauchen, um wieder mit ihm oder mit ihr hier überhaupt warm zu werden. Also, du bist gebranntmarkt, jemand kommt mit positiver Absicht auf dich zu, es ist aber trotzdem hier echt schwierig, ähm, das irgendwo noch zu kitten, weil hier war man echt scheiße zu dir. Aber ich habe trotzdem auch hier drunter das Kind, was für den Neuanfang steht und ihr könnt letztendlich kommende Woche selber wählen, in welche Richtung ihr wirklich gehen wollt. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviert das Glocke, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Tschaui. Tschaui. Tschaui.